Hallo, mein Name ist Harun Welitsch, ich bin 15 Jahre alt und spiele in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine waren der 1. FC Honacker, der FSV Weibling und die Stuttgarter Kickers. Meine persönlichen Ziele sind es, mich weiterzuentwickeln und später mal im Profibereich zu spielen. Und die Ziele in der Saison sind ganz klar Meister zu werden.